Jeder ist des Glückes Schmied. Wir sind Wesen mit Gefühlen, also wir sind keine Öko-Maschinen. Wir besitzen ein psychologisches Grundgerüst, daher ist es schlecht, sich als Maschine zu begreifen. Schuld ist ein negatives Konzept, welches unser Gefühl ins negative Umfeld taucht und unsere Sichtweise auf das Negative festnagelt für eine gewisse Zeit. Bleibt es beim Beschweren über einen Zustand, ist es eine Art Schuldzuweisung. Wir sollten daher immer bei jeder Kritik oder bei jeder Beschwerde Verbesserungsvorschläge und Angebote machen zur Kooperation. Ich habe schon oft erlebt, dass ein Miesepeter durch eine Beschwerde im Vorhinein das erzeugt hat, was er in erster Linie vermeiden wollte. Man sollte daher den Fokus stets auf der Lösung und auf dem gemeinsamen Ziel haben und nicht auf dem klebrigen Schock. Sonst wird dieser negative Gedanke genau das Ungewollte manifestieren helfen. Eine ganz schlechte Idee ist dann noch, das Recht haben zu wollen. Oft ist das Ego der Menschen noch froh, wenn das Negative wirklich eintrifft, weil sie es ja vorhergesagt haben oder davor gewarnt haben. Druck erzeugt Gegendruck. Fälle ich ein Urteil über einen Menschen, so nehme ich die Möglichkeit weg, diesen Menschen zu verstehen oder gemeinsam einen Ausweg zu erarbeiten. Wir haben genug Probleme in der heutigen Zeit. Die meisten haben mit der aktuellen Lebensweise und dem Umgang mit Ressourcen und Energien zu tun. Strom, Gas, Kohle, Öl, Arbeitskraft und so weiter sind gängige Energieformen. Die Gier, möglichst viel für möglichst wenig zu erhalten, ist Auslöser für Leid, für Kriege und Naturzerstörung. Wie kann denn Gier entstehen? Natur ist normalerweise effizient, auch mit Energie. Daher ist es logisch, dass auch wir gerne faul sind. Wir sind Teil der Natur und nicht von ihr getrennt. Aber oft ist es doch nur der Mangel an Liebe und Anerkennung und Freude im Leben, die uns anfällig machen für negative Verhaltensweisen. Ein zufriedener Mensch konsumiert weniger. Ein glücklicher Mensch hat keine Notwendigkeit, andere niederzumachen. Beleidigungen sind oft begründet in einer Unfähigkeit oder Unzufriedenheit, die durch das Beleidigen auf andere abgewälzt wird. Die meisten Menschen sind zu müde, um aufzustehen und gegen Ungerechtigkeiten, Kriege, Zerstörung der Natur oder andere Missstände zu demonstrieren oder dafür zu arbeiten, dass es besser wird. Mangel an Freude, Liebe, Glück, Anerkennung macht uns abhängig. Nach getaner Arbeit ist das Geld verdient, dann möchten die meisten nur noch die Ruhe und die Zerstreuung oder Entspannung. Wir brauchen eine Lobby, eine Lobby für Bäume. Wir brauchen eine Lobby für Insekten. Wir brauchen eine Lobby für das Unsichtbare. Denn unser Müll belagert auch viele Bereiche dieser Erde, die wir gar nicht sehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und schon haben wir damit nichts mehr zu tun und brauchen uns nicht mehr zu kümmern. Jedes Wesen hat eine Aufgabe in diesem höchst komplexen Netzwerk der Erde. Es gibt so viele Wechselwirkungen. Es ist töricht, ein Insekt zu eliminieren, weil wir es nicht mögen oder Angst davor haben. Wir sind weit vom natürlichen Zustand entfernt und beurteilen nun ein winziges Teil des Ganzen mit unvollständigem Verständnis für die Wechselwirkungen. Wir sind ja nicht mal in der Lage, unseren Körper richtig zu verstehen. Da muss man nur mal die möglichen Nebenwirkungen eines Beipackzettels von Medikamenten lesen, um die Komplexität vielleicht dann doch zu erahnen, dass nicht alles einfach und linear funktioniert, sondern sehr kompliziert ist. Alles hat eine Wirkung irgendwie überall hin und interagiert mit allem. Und die Schwierigkeit eines sinnvollen Eingriffs wird klar. Welchen Hebel sollen wir bedienen, wenn jeder Hebel mit allen anderen zusammenhängt? Meist wird man nur durch den Eingriff gezwungen, noch mehr Hebel in Bewegung zu setzen und das ganze System degeneriert langsam weiter vor sich hin. Wir stecken nicht nur in körperlichen Wechselwirkungen. Wir stecken nicht nur in Wechselwirkungen mit der Natur. Wir stecken nicht nur in sozialen Wechselwirkungen. Lasst uns auf unser Herz hören. Spalten war gestern, gemeinsam ist heute. Selbst werden. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Kommunikation ist die Basis für jegliches Verständnis füreinander. Das Fremde ist nur fremd, solange man sich nicht damit auseinandersetzt. Gemeinsam statt einsam, dass wir Gefühl stärken, in Empathie für unsere Nächsten. Gefühl und Verstand können zusammen unsere Zukunft gestalten. Danke.